So einen wunderschönen guten Morgen, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Guten Morgen Börse gemeinsam mit XDB heute am Dienstag, den 7. November 2023 und wir wollen uns einen Blick hin auf die Märkte. Einen Blick auf das übergeordnete Bild, was heute allerdings relativ kurz und knackig verlaufen wird, weil der Modus sich tatsächlich konsolidierend präsentiert nach dem sehr, sehr starken Lauf in der vergangenen Woche. Wir haben heute einen sehr, sehr dünnen Wirtschaftslagenkalender, also worauf blicken wir? Wir werden auf einige vielleicht spannende Quartalszahlen blicken. Heute mit Uber, beziehungsweise auch noch ganz interessant, vielleicht technisch, Pallantir, P-L-T-R und was es damit auf sich hat, in wenigen Sekunden gibt es hier mehr zu den Details, bevor wir offiziell starten, allerdings zunächst der Blick auf den Risikoinweis. Die Visio und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente. Die werden auf Margin getradet, gehen mit dem hohen Risiko her, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstellt man ein persönliches Risikoprofil und oder lasst ein solches Erstellen von einem unabhängigen Finanzberater, ladet sich dann auf xtb.com.de, kostet uns eine Demo herunter, testet dann das Risiko frei, schaut, ob der Handel mit diesem Produkt sich für einen eignet. Und sofern man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man auch die Möglichkeit, einen Live-Kontext zu öffnen, diesbezüglich alle Informationen von Städter Risiko und Weise auf xtb.com.de. Gerne auch den Kundensupport kontaktieren, Kontaktdetails folgen gleich, kurz an eigener Sache, bitte nichts in den folgenden Minuten als Anlageempfehlung missverstehen. Es handelt sich um ein rein informatives, rein edukatives Event. Alle Fragen bitte unterhalb des Videos, in der Kommentarfunktion hier posten, die ich gerne beantworten würde. Aber nochmal, bitte nichts als Anlageempfehlung missverstehen. Die versprochenen Kontaktdetails, Telefonnummer, E-Mail-Adresse des Berliner Büros, gerne kontaktieren und wie gesagt, Fragen zur Konteröffnung und dergleichen bei xtb stellen. Kurz zu xtb als Broker, bester CFD-Broker des Jahres 2023 ausgezeichnet von Brokerwahl, die Gründe dazu geführt haben, findet ihr hier mal aufgelistet. Ein Grund mit Sicherheit, die xStation und auf die wollen wir jetzt einen Blick werfen. Und wie gesagt, kurz, knackig, beginnen mit einem übergeordneten Bild und dem Modus, dem wir uns gegenüber sehen. Einmal im DAX bzw. auch in den Equity-Indizes an der Wall Street an dieser Stelle. Wir hatten diesen Vorstoß in Richtung dieser Abwärtstrendlinie zum Thema gemacht. Relativ extensierter Modus kurzfristig, das hatten wir gestern hier kurz thematisiert gehabt. Und dann sahen wir zur Eröffnung kurz einen Spike in die 15.300 an einen Überrollen und jetzt eben eine kontrollierte Abwärtsdrift, die ich allerdings nicht groß überbewerten würde für den DAX. Das ist nicht sonderlich spektakulär. Summa summarum, gerade eben den xTB-Kunden hatte ich im Live-Event gesagt gehabt, vielleicht gibt es einen kurzen Pop auf der Oberseite, einen kurzen Bullish-Drive, der sich allerdings wahrscheinlich relativ schwer long handeln dürfte. Also zumindest für mich schwer handeln diese im Hinblick auf ein vorteilhaftes Chance-Risiko-Verhältnis. Ich glaube, wir warten weiter auf Impulse, übergeordnete frische Impulse, neue Impulse, die wir mit den Inflationszahlen frühestens nächste Woche sehen. Ich will nicht ausschließen, dass wir vielleicht nochmal eine Attacke auf die 15.300er Region zu sehen bekommen, aber die Nachhaltigkeit, die wäre definitiv in Frage zu stellen. Wodurch könnte solch eine Bewegung im Falle des DAX auf der Oberseite getragen werden? Ich würde sagen, durch einen eventuell auch kurzen Spike, den wir im Spider zu sehen, wir kommen jetzt im S&P 500, also wir schauen uns hier den ETF auf den S&P 500 an, einfach weil wir hier die reine Kasse abgebildet haben, 15.30 bis 22 Uhr mit der entsprechenden 5-Tage-Linie und wir uns damit auf die Haupthandelszeit einfach konzentrieren können. Deswegen schauen wir uns den SPY an, beziehungsweise den QQQ, das sind die Qs, das ist der ETF auf den Nasdaq 100. Und so, ganz kurz hier zum Spider, wir haben diese enge Konsolidierung auf hohem Niveau, das heißt also verteidigende Aufschläge, wir hatten das gestern hier ja zum Thema gemacht und es scheint auch sehr, sehr wahrscheinlich, dass sich das weiter fortschreibt. Das erkennt man meiner Einschätzung nach an dem weiter rückläufigen Wix, dem Volatilitätsindex auf den S&P 500, dem Angstbarometer an der Wall Street. Wir sind deutlich wieder unter die 20-Punkte-Marke jetzt gerutscht. Wir hatten das ja letzte Woche, ganz zu Beginn, also vor ziemlich genau einer Woche, zum Thema gemacht gehabt, mögliches Shortplay, wer sich die Long-Seite in Anführungszeichen nicht getraut hätte oder beziehungsweise das jetzt nicht so interessant erachtet hat zunächst einmal. Ich hätte gesagt, ein Rücksetzer unter 20 Punkte scheint mir im Wix sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir so schnell dann in diese Gefilde, in die 15, 16-Punkte-Gefilde wieder zurücklaufen. Das hätte ich nicht erwartet, das hätte ich erwartet. Vielleicht mit dem anständigen Thanksgiving jetzt in den Monatsschluss hinein. Also das hat sehr, sehr schnell funktioniert. Es gibt auch eine grobe Daumenregel, bei der man sagt, wenn der Wix unter 20 Punkten handelt, dann willst du dich eigentlich von Marketplace fernhalten. Also das heißt S&P, auch Nersnake, das ist dann eher unattraktiv. Da gilt es dann entsprechendes Cherrypicking vorzunehmen. Was nicht heißt, dass wir nicht kurzzeitig, dennoch vielleicht einen kurzen Spritzer hier auf der Oberseite, über die Indie, über die Oktoberhoch zu sehen bekommen. Aber wie gesagt, die Nachhaltigkeit eines solchen Breaks ohne entsprechenden fundamentalen Katalysator. Dünner Wirtschaftsnahen Kalender. Nächstes Key-Event hier, Makro, erst die Inflation nächste Woche. Ist halt sehr, sehr unwahrscheinlich. Also Sprichwort Cherrypicking ist es an dieser Stelle. Das ist das, worauf ich jetzt aktuell eben, oder wie ich verfahre in meinem Trading. Das bedeutet also etwas anders formuliert. Ich suche mir News, beziehungsweise ich suche mir Unternehmen mit frischen News. und versuche dann ausgehend für diese entsprechende Trade-Thesen zu formulieren und mögliche Setups zu formulieren. Und da sind wir in der Quartalsberichtssaison. Zu dem kommen wir gleich zu dem Post hier. Den finde ich sehr interessant. Der lief mir gestern in die Timeline. Dadurch ist mir offenbar geworden, dass Uber nochmal spannender wird als sowieso schon. Also im Earningskalender, im Quartalsberichtssaisonskalender, den ich immer von EarningsWhispers am Freitag über X bei mir retweete. Also da kann man den dann finden. Habe ich schon gesehen, dass Dienstag vorbörslich mit Uber ein potenzieller interessanter Kandidat für ein Earnings Release ansteht. Auch weil die Aktie sehr, sehr liquide ist. Wir haben hier einmal, das ist zwar PLTA, aber wir können auch uns Uber anschauen. Wir haben Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung mit fast 100 Milliarden US-Dollar. Wir haben 1,96, also fast 2 Milliarden Aktien, die umgehen. Wir haben durchschnittlich 16,87, also rund 17 Millionen Stücke, die umgehen. Sprich etwas anders formuliert. Die ist liquide, die lässt sich solide traden. Das, was ein bisschen hakelig ist, in Anführungsstrichen, ist vielleicht der Umstand, dass die ATR 1,50 Dollar ist. Aber wie gesagt, durch den Umstand, dass wir so liquide sind, so breit, so tief in dem Titel, kommen wir halt verhältnismäßig auch mit kleinen Risiken relativ gut in die Trades eben hinein. Und dann sehen wir ab und an auch schöne Momentum Drives. Also Uber durchaus bei mir schon auf dem Schirm. Und so, dann gucke ich mir eben die Aktie an und stelle hier fest, so da hinten habe ich sie, stelle hier in dem Zusammenhang fest, also hier unten sehen wir nochmal die ATR mit 1,50 Dollar. Ja, aber das können wir jetzt mehr rausnehmen, das brauchen wir nicht. Also, stellen fest, okay, wir laufen offensichtlich in den Bereich der Jahreshochs, 52 Wochenhochs an dieser Stelle. Also potenzieller Breakout-Kandidat auf der Oberseite. Könnte also durchaus ein interessanter Kandidat sein. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, wenn die Earnings gut ausfallen, in Ordnung, dann hast du eben den Trigger hier auf der Oberseite, der vielleicht solch einen Drive auf den Weg bringt, ob es stattfindet, ob die nachhaltigste Bewegung, das müssen wir alles abwarten. Aber, und das ist das, was hier eine trendige Bewegung über diesem Bereich, um 49 Dollar auf neue Jahreshochs wahrscheinlich während des Trenden zu lassen und Kapitalzuflüsse in die Aktie zu sehen, das ist dann zurückzuführen oder beziehungsweise darüber nicht gestolpert gestern, hier im Rahmen dieses Tweets von Gary Black, beziehungsweise heute früh. Und zwar schreibt er, dass wir, wenn wir heute ein weiteres Quartal, ein profitables Umfeld finden, also einen positiven EPS nach der Rechnungslegung GAP posten, das wäre das vierte Quartal in Folge, dass Uber einen solchen Profit ausweisen würde. Und das wäre insofern relevant, als sich dadurch Uber für eine Aufnahme in den S&P 500 qualifizieren würde. Das heißt nicht, dass das Unternehmen sofort aufgenommen wird, also nicht, dass wir uns missverstehen. Aber, Fakt ist, dass wenn Uber diesen vierten Infolge oder dieses vierte Quartal Infolge Profitabilität postet und wir dann auf den Umstand blicken, dass wir eine Marktkapitalisierung haben von 97, 98 Milliarden US-Dollar, dann wäre Uber tatsächlich die größte US-basierte Firma, ausgehend von der Marktkapitalisierung, die noch nicht im S&P 500 wäre. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit hierfür würde extrem hoch, dass Uber in einer nächsten Runde dann eine entsprechende Aufnahme erfährt. Warum ist das jetzt relevant? Nun, weil natürlich ein den S&P 500 abbildender ETF in dem Zusammenhang logischerweise dann Uber in Antizipation kaufen müsste oder beziehungsweise in diesem Zusammenhang, wenn dann Nationale Go käme, dann entsprechend die Aktie kaufen müsste, um den entsprechenden S&P 500 abbilden zu können innerhalb dieses ETFs. Und das wiederum ist entsprechend stark kurstreibend. Also nur ganz kurz zur Erinnerung, da gibt es einige Beispiele. Nehmen wir beispielsweise mal Tesla. Als Tesla Ende 2020 die Ankündigung erfahren hat, sind wir damals aus dieser engen Konsolidierung hier nahezu fast vertikal gegangen, weil jeder plötzlich den Tesla im Portfolio haben muss. Also jeder zumindest, der den S&P 500 abbildet. Das wird jetzt so, ausgehend von dem Umstand oder dem Umfeld, in dem wir uns jetzt hier derzeit wiederfinden, natürlich für Uber nicht der Fall sein, aber es ist auch durchaus etwas, was wir im Hinterkopf behalten sollten. Und wo wir dann mit einem positiven Print jetzt an dieser Stelle und mit einem Break auf Neujahreshochs über dann die 49er-Marke und einem entsprechenden Halten damit rechnen könnten, dass eben die Aktie deutlich über 50 Dollar noch einmal läuft, trotz des Umstands, dass wir schon sehr weit gelaufen sind. Alternatives Szenario, eigentlich ist das eine bullische These, Alternatives Szenario, wir sehen gute Earnings, wir sehen eigentlich alles als Line-Up für solch einen Break höher, stechen rein in diesen Bereich 49, halten vielleicht kurz drüber und werden dann abverkauft und halten unterhalb des Volumengewichteten Durchschnittspreises. Das wäre eher ein bärisches Signal und könnte dann eher einen stärker Abwärtstrend vielleicht sogar über die kommenden Tage initiieren, der uns in die Mid-40er wiederführt. Also durchaus eine spannende Aktie, die man auf dem Schirm haben sollte. Und wo wir schon dabei sind und weil wir nochmal ungefähr eine Minute jetzt hier an dieser Stelle haben, möchte ich auch aufmerksam machen, einmal auf Palantir. Eine Aktie von einem Unternehmen, was sich auf die Verarbeitung großer Datenmengen fokussiert hat und mit Regierungen rund um die Globus, besonders der US-Regierung zusammenarbeitet. Auch Palantir, jüngst mit dem vierten Quartal in Folge Profit ausgewiesen, qualifiziert sich potenziell für eine Aufnahme in den S&P 500, ausgehend von der Marktkapitalisierung etwas weniger als die Hälfte von Uber, rund 40 Milliarden. Pi mal Daumen. Das Spannende bei Palantir ist meiner Einschätzung nach hier dieser Bereich um 19.10 ungefähr auf der Oberseite, der kurzfristig erstmal, Daytrading technisch, glaube ich die 20-Dollar-Marke anvisieren ließe, sollten wir einen Break höher zu sehen bekommen. Gestern habe ich den Break nicht zu sehen bekommen oder wir haben ihn nicht zu sehen bekommen. Ich habe die Order nicht gefillt gesehen, die ich gelegt hatte auf die 19.09. Auf der Oberseite nach einem kurzen Stich in die Hochs und Sippe reingekommen. Ich hatte den Break dann höher auf höhere Tageshochs handeln wollen. Das hat nicht stattgefunden. Ich habe aber eine Alarm nie bei der 18.80, um nochmal informiert zu werden, dass die Aktie potenziell in diese Breakout-Gefilde vorstößt. Und wie gesagt, 20 Dollar scheint durchaus realistisch zu sein, im Rahmen einer möglichen Jahresend-Rallye, die wir vielleicht zu sehen bekommen. Auch dafür ist es noch zu früh, aber sollten wir über die Oktoberhochs im Rahmen der Queues gehen, beispielsweise dann in den nächsten Wochen in den Monatsschluss hinein, wäre das nicht auszuschließen. Könnte auch Palantir ein interessanter Kandidat sein für die kommenden Wochen dann. Mit einem Breakout und halben über 20, der uns in die Mit-20er führen könnte, einfach ausgehen von dem Aufklappen dieser Range auf der Oberseite. Das heute also mal so ein paar Einzeltitel, die ganz interessant sind. Happy Trading! Pass auf, ich stopse auf, wir hören uns morgen wieder hier am 8. November 2023, gemeinsam mit XDB zum guten Morgen. Börse, habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss.